So, weiter geht's mit RTL Skispringen. Wir gehen wieder rein im gelben Trikot mit Martin Schmidt. Wir gehen ins Ende der ersten Saison. Das sollten wir eigentlich schaffen jetzt in dieser Folge. Haben wir ja noch ein bisschen Kopfrechnen gemacht. Ende letzter Folge. Martin, ich will ein Kind von dir. Jawohl, das ist aktuell wie immer. Michael Fürstenberg holt sich hier die Qualifikation in Hakuba. 57,9 Prozent Wachseinstellung. Es schneit. Es ist wunderschön. Es wird kälter draußen. Ich habe Bock auf Skispringen und die erste Folge. Ich glaube, jetzt gerade hat sie so ca. 8000 Aufrufe. Keine Ahnung. Es ist immer das erfolgreichste Format auf dem Channel. Einfach ein Skisprungspiel von Anno dazu mal, wie man immer so schön sagt. Ja gut, das war jetzt nicht perfekt. Ich glaube, da sind wir ein bisschen sehr, sehr früh in das Landemanöver reingegangen. Gute Haltungsnoten. 79,2 Punkte. Aber wie gesagt, die Faszination für dieses Spiel, ich merke es ja bei mir selber immer. Dass ich es total gerne selber spiele. Jeden Winter. So, jetzt schauen wir mal, was die Konkurrenz hier macht. Ich glaube, das war nicht der allerbeste Sprung, den wir hier jemals hingelegt haben. Boah, reicht aber dann trotzdem für die komfortable Führung. Martin Schmidt, das Einzige, was wir machen, wir werden auch gleich mal im Shop schauen, dass wir uns einen neuen Helm kaufen. Und zwar einen lila Helm. Ist mir scheißegal, was für eine Aerodynamik der hat. Aber ich möchte hier einen lila Helm haben, damit wir der lila Launebär werden. Ich glaube, die Kratzmann-Brüder waren dort direkt hinter uns. Aber wie gesagt, Dankeschön für alle Aufrufe. Wahnsinn, wir werden es demnächst natürlich auch mal im Stream spielen. Und ich schaue mir auch noch mal Deluxe-Ski-Jumping an. So, tschüss. Jawohl, sauber, gute Windverhältnisse, kann man schön fliegen. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn wir weit fliegen, wenn wir Schanzenrekorde angreifen vom Wamsi-Michel, dass wir den dann auch vom Thron stoßen können. Das wird ein absolutes Fest. So, der Deutsche gibt natürlich die 20, der Russe die 19,5, der Schweizer, der Eidgenosse. Ist wieder ein bisschen pissig. Sieben Punkte Vorsprung vor Zika Kratzmann und Mia Kratzmann. Also sieben Punkte im zweiten Durchgang. Das haben wir geschafft. 170 Punkte, 164, 163,4 Vorsprung. Auf jeden Fall hier im Irgendwas-Cup. Und jetzt gehen wir mal rein in den Shop. Wir holen uns mal einen Helm. Was können wir uns denn da schon leisten? Okay, die haben wir noch nie. Ah, da brauchen wir noch eine höhere Stufe. Macht ja nichts. Muss jetzt auch gar nicht so teuer sein, der Helm. Soll einfach nur optisch was hermachen. So, den haben wir schon. Können wir den in lila färben? Na, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ja, sag mal, was soll denn das? Was ist denn das für eine Scheiße? So, komm, der sieht aus, als könnte man die lila färben. Wenigstens so ein bisschen. 8000 kostet. Gibt es noch was Besseres? Hm, auch nicht wirklich gut. Da brauchen wir noch ein höheres Level für. Bin da schon ein bisschen enttäuscht. Dass man hier farbmäßig so wenig machen kann. Das ist dann schon eher blau. Hm. Das war jetzt irgendwie nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Ist das lila? Ja, hier oben sieht man es. Ja, kann ich ihn drehen? Ja, komm, es sieht ein bisschen lila aus. Vielleicht noch ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller? Nee, ein bisschen dunkler. Den nehme ich. Ist gekauft. 8000. Hauen wir drauf. Bastschau. Haben wir auf jeden Fall mal so einen halbwegs lila Helm. Den werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Wir wachsen automatisch. Mein Hund ist ein bisschen nervös. Jetzt ja auch im YouTube-Bild mit drin. Gernero. Magst du mal die Kamera schauen? Glaub, er möchte gerne raus. Aber ich bin ja heute Morgen schon mit ihm gegangen. Machen wir dann später noch eine kleine Runde, gell? Bist bereit? So. Jetzt wird aber erst nochmal hier im Training ein bisschen was gemacht. Muss noch arbeiten. Das ist meine Arbeit. YouTube. Nein, das ist das Hobby, was irgendwann dann größer geworden ist, als ich es jemals vermutet hätte. Müssen wir irgendwo landen? Irgendwo in einem bestimmten Bereich? Na, ist das Turin die Schanze? Ich glaube ja, oder? Das ist die, wo man das erste Mal, wenn man Aufwind hat, ein bisschen weiterspringen könnte. Genau, die kleine Schanze. 86 Meter sind es. Und Nero ist da auf jeden Fall wieder ordentlich am Quietschen. Jetzt ist die Webcam ein bisschen komisch verstellt gewesen gerade. Jetzt schauen wir mal, dass das nicht kriselt. So, wir machen immer nur Training. Und zwar für eine einzige Sache. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Sprungkraft. Dürfen wir nicht. Weil da irgendwo wieder drei Punkte drin hängen. Ja, das ist auf jeden Fall effektiver, wenn man es so macht. Danke für den Tipp. Das steht jedes Jahr in den Kommentaren. Und über den Sommer verdrängt mein Hirn das einfach. Ist aber auch in Ordnung. Man darf Sachen auch verdrängen. So, Matthias Matejka. Also mit dem Bamseemichel haben wir hier auch keinen Schanzenrekord geschafft. Schauen wir mal. Ich würde es im Probedurchgang gerade mal probieren aus Luke 4. Luke Skywalker. Joker, die Landung, Calrissian. Was es hier nicht schon alles Star Wars mäßig gab. Klingt aber gar nicht mehr so unrealistisch. Dass Star Wars demnächst auch irgendwie eine Skisprungedition bringt. Ganz ehrlich, diese ganzen Star Wars Serien und Filme und was weiß ich was alles. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, ich kümmere mich da überhaupt nicht mehr drum. So, jetzt flackert die Webcam. Deswegen mache ich mal einen kurzen Cut und muss das wieder umstellen von den anderen Spielen zum Skispringen. So, der erste Durchgang ist durch mit 99 Punkten. Beziehungsweise nein, die Qualifikation ist durch. Mit 99 Punkten sind wir sehr, sehr deutlich vorne. Leider haben wir keine Waschmaschine gewonnen. Das hat mein Vater früher immer gesagt. Bei 100 Punkten hätte es eine Waschmaschine gegeben. Schade. Keine Waschmaschine für uns. Markus Gandalf eröffnet den ersten Durchgang. Schauen wir mal durch. Franz Wimmer, Frank Herbert, Hiotare, Matsura. Klingt, als wäre er auf jeden Fall einer meiner Spieler. Bei Wissl Kobe, Football Manager, geht jetzt auch in die finale Phase. Wie gesagt, mit der Webcam bin ich andauernd unzufrieden. Es nervt mich einfach so. So, da aber da sehen wir den lila Helm. Er schimmert ein bisschen lila durch. Ich würde sagen, wir holen uns da natürlich einen Helm, den wir auf jeden Fall auch lila machen können. Und hepp. Bisschen verdreht. Aber dann trotzdem noch ganz gut runtergerettet. 78,5 Meter, 84 Punkte. Dreimal die 19. Können wir jetzt erstmal mit leben. Gibt Schlimmeres. Und dann sind wir auf jeden Fall erstmal vorne. Aber irgendwie hat mein Hund gerade was. Ich muss mal nach ihm schauen. Ich glaube, irgendwie ist er nervös. Da sind wir wieder. Nach der Gassi-Runde ist alles wieder gut. Alles wieder gut. Jawohl. Auch Martin Schmidt ist jutrupp. Mit seinem lila Milka-Helm. Er ist ein bisschen ausgeblichen über die Jahre. Hat er halt in der Sonne liegen lassen. Passiert dem Besten. So, hupsi. Da sind wir spontan einfach mal losgefahren. Aber ich glaube, wir kommen hier leider nicht ganz so weit. Boah. Das war knapp. Weil meine Maus sich auch noch gerade verhakt hat. Also hier ist richtig der Wurm drin. Nicht nur mit der Webcam ist der Wurm drin, sondern generell ist der Wurm drin. Meine Maus ging gerade da nicht mehr weiter raus. Creepy. Also 92,5 Punkte. Das ist wieder mal der Sieg für Martin Schmidt. Pleiten, Pech und Pannen hier in der Folge auf jeden Fall. 780 Punkte. Damit gewinnen wir auf jeden Fall den Nachwuchs Eurocup relativ komfortabel. Wir sind ein einziges Mal Zweiter geworden. Am 31.12. Da haben wir wahrscheinlich schon vorgeglüht. Und dann hat es eben nicht gereicht. Martin Schmidt vor Miha Kratzmann und Adam Blanke. Wir sind wieder bei der Microsoft-Präsentationsfeier angekommen. Italienische Flaggen im Hintergrund werden geschwungen. Also Sieg für Martin Schmidt. Jetzt wenig überraschend, dass wir das gepackt haben. Durch ihren ersten Platz haben sie 3.000 gewonnen. Wir kriegen nochmal 5.000 und noch 3.000 Erfahrungspunkte. Aber dafür gibt es dann leider keine neue Powerstufe. 56.000 haben wir. Komm Martin, greift ihr in die Kimme? Nee, aber er dehnt sich schon mal dafür. Man muss ja auch ein paar Lockerungsübungen machen. Ich würde sagen, wir wachsen mal eine Runde. Wir gehen hier, wie gesagt, Flotti-Carotti durch. Machen noch ein bisschen extra Training. Und dann geht es weiter in Park City. So, wir ziehen einfach mal durch. Wir gehen rein in Park City. Training haben wir erfolgreich. Überstanden. Ich habe es jetzt einfach nur mal kurz rausgeschnitten, um mit der Webcam nochmal ein bisschen rumzutesten. Mika Virtanen. Der Virtuose. Der kann bestimmt richtig gut Klavier spielen. 90,7 Punkte für Adam Blanke. Wir lassen natürlich den Probedurchgang wieder weg. Und da hinten sieht man auch schon den Flughafen. Also, hier kommt man auch schnell wieder weg aus Utah. Park City, Salt Lake City. Die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele 2002 müssten hier gewesen sein. 2006 dann in Turin. 2006 dann in Turin. Und danach wird es bei mir schon weniger. So, zieh. So, zieh. Ein bisschen früh wieder die Landung. Immerhin. Wir haben natürlich noch einen Blick auf Käpt'n Kuffel. Wo ist Käpt'n Kuffel? Ach, Mensch, Junge. Mach mich nicht schwach. Haben wir übersehen. Haben wir einfach überlesen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er auf Platz 3. Käpt'n Kuffel. Ihr lest mal mit. Käpt'n Kuffel auf jeden Fall nicht in den Top 30. Aber die dicken Kinder aus Landau. Die sind auf jeden Fall noch in den Top 30. Deswegen lassen wir Sascha Landau hier mal springen. Ja, noch ein paar Pickel. Schön Richtung Kamera Pickel ausdrücken. So, jetzt bin ich gespannt. Sascha Landau. Sieht gut aus. Er zieht auf jeden Fall. Ein bisschen Wind von der Seite pfeift rein. Dann hat er es auch noch in den Rücken bekommen. Geht dem Besten so. So, Adam Blanke mit 0,1 Punkt vor Miha Kratzmann. Mal den Schmidt. Jawohl. Was war das? Patriots Burger gibt es hier in den USA. Der Broiler Bunker hat sich nicht durchgesetzt. Komischerweise. So, Jutta, glaube ich, auch republikanisch gewesen. So, der sieht gut aus. Und wieder zu früh in das Landemanöver gestartet. Aber man sieht schon, unser Springer wird jetzt langsam schon deutlich besser. Der Helikopter kommt. Der Helikopter kommt. Das war wieder ein enges Höschen. So, ich rutsche nochmal ein Stück rüber. So, das hat es nicht besser gemacht. Es ist immer noch alles kriselig. Alter, ich hasse es langsam. Es geht mir so auf den Geist. Diese Einstellungen bei Streamlabs sind wirklich furchtbar. Bei OBS war das immer relativ leicht. Aber bei Streamlabs funktioniert es aktuell noch nicht ganz so gut. Ich muss mir nochmal ein anderes Beleuchtungssystem hier auch überlegen. Sieg für Martin Schmidt. Der gefühlt Viertausendste von 3.999. Nee, andersrum. Sonst macht es keinen Sinn. Wir sind sehr, sehr deutlich vorne. 184,9 Punkte haben wir jetzt nochmal geholt. Da gibt es dann jetzt noch Einspringen. Und dann kommt natürlich auch noch der Nationen-Cup. Wieder mal 3.000 Euro für Martin Schmidt. Automatisch wird gewachst. Das werden wir im nächsten Cup wahrscheinlich auch machen. Da investieren wir dann kein Geld ins Wachsen. Jetzt geht es nach Innsbruck an die Bergiselschanze mit Blick auf den Friedhof. Das dritte Springen immer der Vierschanzentournee, nicht der Tour de France. Peter Petersen mit Schanzenrekord 110 Meter. Das ist hier natürlich noch, ich sage es immer wieder, die alte Bergiselschanze. Die ist ja nach diesem Spiel dann irgendwann auch mal umgebaut worden. Deswegen können da jetzt auch ordentliche Weiten gesprungen werden. So, aber auch hier ganz schön nachgebaut. Gut, Innsbruck war ich ja selber schon mal an der Schanze. Erzähle ich jedes Mal mit meiner Fußballmannschaft. Damals haben wir beim Hallenturnier in Innsbruck mitgemacht. Sind auch sensationell in der Vorrunde ausgeschieden. Oh, landen! Shit! Könnte vielleicht noch gereicht haben. Aber ich glaube, da sind wir ein bisschen zu weit gesprungen. So, komm, mach die Schier an die Seite. 61,8 Punkte. Martin Schmidt ist nicht zufrieden. Ich glaube, da sind wir, wie gesagt, ein bisschen zu weit gesprungen. Oh, doch, hat noch gereicht. Zwischen 62 und 81 Meter. Okay, cool, 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 cool. Nehmen wir mit. Machen wir ein bisschen Sprungkraft. Oder auch nicht. Dann machen wir noch ein bisschen Gewicht. Super. Geht auf jeden Fall schon mal auf 27,2 hoch. Damit können wir im Weltcup sensationell mithalten. Irgendwie sieht der Helm ein bisschen deformiert aus. Also mein Schädel sieht ja auch ein bisschen deformiert aus. Deswegen dieser Kamerawinkel immer. Damit man nicht sieht, dass ich eigentlich Megamind bin. Nur ohne die Intelligenz. Ich habe nur den Schädel bekommen, leider. So, Mikhail Nitschayev. Jetzt sind wir im Nationencup angekommen. Mal gucken, was unsere deutschen Mitstreiter da so schaffen. Und wer mit uns überhaupt springt. Da wir nicht mitgesprungen sind, sind wir erst mal letzter. Markus Gandalf, Peter Mayer und Josef Reuter sind leider mit dabei. Haben wir schon drüber gesprochen, dass Käpt'n Kuffel und Gandalf einfach nicht gut genug sind, um hier teilnehmen zu können. So, 59,5 Punkte. Michael Fürstenberg ist vorne. Natürlich geht es mehr um das Einzelspringen als jetzt hier um den Nationencup. Wie ihr hinschaut. So. Also, ja, gehen wir los. Entschuldigung. Ich war noch abgelenkt vom Windkondom. Sauber. Bei Seitenwind gar nicht mal so leicht. 89,5 Punkte. Äh, Meter. 81,1 Punkte. Damit liegen wir deutlich, deutlich vorne. Sehr, sehr stark, was der Maddin hier macht. Start des Landemanövers. Wie gesagt, absolute Katastrophe. Und dadurch, dass der Maddin Schmidt hier so stark ist, sind wir erstmal mit 40 Punkten Vorsprung vorne. Nicer, dicer. So, 124,8. Jetzt können wir mal schauen. Vielleicht erwischen wir hier ein bisschen Aufwind. Der ist sehr, sehr böig. Hinten auch ein katalanischer Ballon. Haben wir im Stream auch einmal kurz so ein Spiel auf katalanisch gespielt. So. Uh, der sieht gut aus. Da kommt auch ordentlich Wind von unten. Ne, jetzt kommt er von hinten. Boah. Deswegen fand ich das Spiel immer ganz nice, dass sich die Windverhältnisse einfach nochmal ein bisschen drehen. Das fand ich echt immer stark. Alter, die Webcam. Sieht aus, als würde ich richtig stinken. Geht es auch, geht es auch hier raus? Ne, nur meine Glatze stinkt. Ja, wie gesagt, am Setup wird noch gearbeitet. Wir holen uns den Sieg mit 63 Punkten Vorsprung. Und ich glaube auch im Einzelspringen sollten wir deutlich vorne gelegen haben. 3000 Euro auf die Kralle und Maddin Schmidt kriegt wieder 14 Punkte. Wie gesagt, Anlauftechnik ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Machen wir noch ein bisschen Landetechnik. Und ja, das ist mir völlig egal. Vielleicht kann ich nächstes Mal bei der Tamara noch ein bisschen mehr rausholen. Nicht nur 200 Euro, sondern 250 und 47 Cent. Die Tamara, die hat es ja. Auch monetär. Wahrscheinlich. So, es geht nach Lillehammer. Das ist auch der norwegische Name für Tamara. Da waren sie, Michel, mit dem Schanzenrekord. Schigi. So, ach, das sieht doch schon besser aus. Ja, hier ist schön ruhig. Na doch, der Wind ballert schon. Und zwar ordentlich von der Seite. Unten ohne Bäume sah es gar nicht so windig aus. So, Maddin, komm. Ich habe vergessen, was wir machen sollen. Aber das wird schon gut. Boah. Boah. Weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir sollten ja eine Punktzahl schaffen oder eine Telemark-Landung. Eins von den beiden. Und ja, er macht den Gerhard Schröder. Sehr schön. Von 98, als er gewählt wurde. Und er hat nicht gereicht, weil wir einen Telemark machen sollten. Schade, aber nicht so dramatisch. Wir haben ja noch Stéphane Dumont, unseren Philosophen, der uns natürlich nicht nur das Springen weiterbringt, sondern auch die Literatur, Sokrates und so weiter, Nietzsche. Alles müssen wir lesen, um uns auch innerlich natürlich noch zu fordern für so einen Wettkampf. So, Mikhail Nijayev eröffnet wieder für Russland. Martin Schmidt hat keinen Bock. Und darf trotzdem wieder als letztes springen. So, 61,8 Punkte von Adam Blanke. Ah, diese Texturen aber auch. Diese Texturen. Da geht mir richtig der Knopp an der Hose schon auf. Da komme ich eine feuchte Nase von. Boah. Alter Schwede. Wie gesagt, wenn die Kamera so weit drüber geht und die Skier hin und her schlagen, das ist wirklich schwer. Das finde ich dann gerade beim Skifliegen oder sowas extrem kompliziert. 75,7. Der innere Gerhard Schröder. Kaum liest er Sokrates und was weiß ich was. Alte weiße Männer. Schon kommt Gerhard Schröder aus ihm raus. Sehr, sehr gut. Martin Schmidt bringt auf jeden Fall Deutschland wieder in Front. 19 Punkte der Vorsprung. Da waren wir doch deutlich besser wieder als die Konkurrenz. Wer ist denn hier sonst so dabei? Zika Kratzmann für Slowenien. Dann schauen wir mal unseren Teamkollegen an, was Josef Reuter da so macht. Hat glaube ich mal beim BVB gespielt. Zusammen mit Schappi. Oh, oh, jei, 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 jei. Da verliert er aber ordentlich mal den Ski. Stefan Reuter inzwischen in Augsburg. Oder ist er noch in Augsburg? Oh Gott, ich kriege das schon alles gar nicht mehr so mit. Ich gucke so wenig Fußball, weil ich habe keinen Desson mehr. Ich habe keinen Sky mehr. Schalke spielt glaube ich auch seit vier Jahren keinen Fußball mehr. Zumindest ist die Sportart nur schwer zu erkennen. So, 54 Punkte für Josef Reuter. Damit sollte er uns doch ganz gut vertreten haben. Zweiter Platz. Das ist stark. Und jetzt können wir das Ganze vollenden. Erstmal noch schön gekratscht. Geziger Kratzmann wird da wieder. Ne, genau. Also wie gesagt, ich schaue einfach nur ganz, ganz wenig Fußball noch. Auf Prime das Champions League Spiel schaue ich häufig. Länderspiele schaue ich gar nicht mehr. Außer vielleicht EM, WM. Aber ansonsten reichen mir tatsächlich die Ergebnisse. Bin da auch gar nicht mehr so wild drauf, mir jeden Samstag da drei, vier Bundesligaspiele anzuschauen. Meistens ist die Qualität eh nicht gut. Früher habe ich noch viel Premier League geschaut. Aber da habe ich inzwischen auch nicht mehr so den Nerv für, seit Kloppo jetzt auch weg ist. War großer Liverpool-Fan, aber auch wegen Kloppo. Als Schalker Kloppo mögen das auch immer so. Ne, aber im Grunde, wie gesagt, gibt mir Fußball nicht mehr so viel, wie es vor ein paar Jahren noch war. Ja, das ist schade, aber es spart einem Geld. Weil was Sky und DAZN immer von einem wollen, das ist der absolute Irrsinn. Das konnte ich mir jetzt auch während meines Studiums überhaupt nicht leisten, dass ich dafür auch noch so, so viel Geld ausgebe. Und wie gesagt, inzwischen brauche ich es einfach nicht mehr. Mir reicht ein Champions-League-Spiel, das auf Prime ist meistens ein richtig gutes. Ich finde auch Prime macht es wirklich gut mit der Berichterstattung. Von daher bin ich damit erstmal ganz fein. Und wenn Schalke irgendwann wieder erfolgreicher sein sollte, habe ich vielleicht auch wieder mehr Lust, mir andere Spiele anzuschauen. Eieiei, da hat er wieder über Fußball geredet und wieder nicht aufgepasst. Ach Martin, 69 Meter. Wie kann man nur mit 69 Metern Pech haben? Das gibt es doch nicht. Diesmal Pech gehabt. Mann, Mann, Mann. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen Abspeckkur. Ein bisschen Cardio. Ja, 0,3 BMI abgenommen. Und dann geht es jetzt nach Villach zum Abschluss des Nachwuchscup. Da liegen wir eh schon relativ deutlich vorne. Sven Hannawald, Jens Hinterwald ist hier der Schanzenrekordhalter. Da hat einer auch ein paar Skier oben noch vergessen. Straßen haben sie auch vergessen. Alles zugeschneit. Trotzdem reichlich Fans hier nach Villach gekommen. Wo ein Villach ist, ist auch ein Weg, ne? Weißt du ja. Aber da nicht. Scheiße. So, Michael Fürstenberg vorne, 85,5 Punkte. Gibt ordentlich Rückenwind. So, der Lift ist auch stillgelegt. Der Helikopterfahrer, uiuiui. Die Medikopter 1,1,7 ballert wieder. Das ist aber eigentlich eine ganz geile Schanze. Aber leider Rückenwind. Leider relativ viel Rückenwind. 75 Meter, 30 weiten Punkte, 89 Punkte insgesamt. Gute Haltungsnoten. Da wären wir sogar, oder sind wir sogar mit einer Luke weniger. Besser als mit einer Luke mehr die Konkurrenz. Da sollte uns also niemand das Wasser reichen können. Michael Fürstenberg kommt auf 79 Punkte. Die dicken Kinder aus Landau sind auf 10. Der Helikopterpilot hat wieder Lack gesoffen. Alles wie immer. Alles wie immer. Gandalf ist auf der 18. Clyde Schurken auf der 20. So, wen haben wir sonst noch hier dabei? Bernd Voss auch einfach so richtig random. Mit dem Namen bist du irgendwie Vorstandsboss von irgendeiner Firma. So, was haben wir sonst noch? Wir haben Captain Kuffel schon wieder nicht mehr gesehen. Da ist er auf Platz 38. Captain Kuffel leider ausgeschieden. Und auch Benny Bormann habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Aber wahrscheinlich habe ich ihn auch überlesen. Jotare Matsura. Den sparen wir uns. So, mein Hund läuft immer irgendwie noch nervös durch die Wohnung. Ich weiß nicht, was der hat. Da war jetzt draußen auch gar nicht so richtig, hat nicht so richtig Bock gehabt, was zu machen. Dem ist, glaube ich, einfach ein bisschen langweilig. Muss mal mit ihm trainieren nachher. So. Oh, wow. Das war richtig schlecht. Das war, glaube ich, der schlechteste Sprung der Saison, den wir bislang gemacht haben. 76,5. Haltungsnoten schlecht. Nur 87,5 Punkte. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nicht vielleicht sogar noch eng wird. Jo. Drei Punkte. Nur noch der Vorsprung. Da haben wir es fast noch verschissen. Mit 87,5 Punkten waren wir im zweiten Durchgang auch, ja, vielleicht gerade noch Top 10. Das war überhaupt nicht gut. Aber insgesamt macht es nichts mehr aus. Martin Schmidt holt sich auch den Sieg im nordischen Nachwuchscup und er freut sich über Windows 95. Ist das nicht schön? Jawohl, ja. Sieger Kratschmann hier auf der 2 und Fürstenberg auf der 3. Loser. Loser. Wie bei Ace Ventura immer. Gut. Haben wir auf jeden Fall nochmal Geld gewonnen und auch noch Erfahrung. Das bedeutet weitermachen, ne? Es gibt immer was zu tun. In Kuopio gibt es jetzt was zu tun. Da wird das Springen eh ausfallen wegen Wind. Ist auch immer so. 125 Meter vom Warmseemichel. Holy moly. Da ist ja fast Hillside gesprungen. Was war da los mit dem Warmseemichel? Müssen wir mal schauen, ob wir eine gemeinsame Saison dann irgendwann mal durchziehen mit dem Warmseemichel. Dann gehen wir auf Weitenjagd. Martin Schmidt gegen den Warmseemichel. Okay, ja. Das war diesmal ganz gut. War halt auch von der Weite her passabel. Weil manchmal hat man das Gefühl, so kurz kann man gar nicht springen, wie der Trainer das möchte. So, müsste passen. Dinge, die man beim Kartenspielen ungern sagt, aber hier ist es glaube ich ganz gut. Wir machen mal ein bisschen, ja machen wir nochmal Sprungkraft. So, nice. 28,6 quasi. Aus dem Stand haben wir da die Sprungkraft trainiert. Also 125 Meter werden wir nicht schaffen. Aber es sind auch nur noch zwei Springen jetzt in der ersten Saison. Dann haben wir nur drei Folgen gebraucht für die erste Saison. Finde ich eigentlich ganz knackig und schnell. Eigentlich auch nur zum Warmwerden, dass ich wieder ein bisschen reinfinde ins Spiel. Ein bisschen Quatsch kommentieren. Man kann hier auch immer schön über andere Dinge noch reden. Wie gesagt, wie über Fußball. Aber sage ich ja schon häufiger, dass ich wenig Fußball schaue. Eieiei, jetzt ist aber der Wurm drin. Jetzt ist der Wurm drin. Zum Ende der Saison lässt der Martin Schmidt nach. 61,3 Punkte nur. 91 Meter. Aber immer noch deutlich weiter als die Konkurrenz. Ja. Okay, die Windbedingungen sind anscheinend sehr, sehr schwierig. Aber jetzt sollten wir aufpassen. Azushi Nishio. Gesundheit. Der hat jetzt einen rausgeballert. Wobei, uns reichen 55 Punkte. Ich mag diesen Grenz-DB-Blick, den er manchmal nach links oben wirft. Das ist, wie gesagt, der philosophische Einfluss unseres Trainers, der Fandimon. Ach, das gibt es doch gar nicht. Was macht er denn jetzt? 103 Meter, 84,9 Punkte. Ein deutlicher Sieg. Wie kann man denn da die 19,0 geben? Das ist doch auch wieder der Einfluss von unserem französischen Trainer. Stéphane Dimon. Aber der Flug war eigentlich mega gut. Also in der Luft hat es sich gut angefühlt. V-Stellung war gut. Balance beim Anlauf war gut. Alles gut. Aber die Landung hat nicht so richtig gepasst. Da ist auch gerade wieder eine Frau geschlachtet worden. Dieser Schrei, der da unten ist. Auch nice. Eigentlich müssten wir die Kommentatoren mal wieder mit reinnehmen. Die waren auch total lustig und haben immer einen ordentlichen Scheißdreck erzählt. Aber die waren halt immer so laut. Deswegen habe ich sie dann irgendwann rausgemacht. So, wir haben 73.000. Auf der hohen Kante. Jetzt geht es zum Abschluss nach Lachti. Da ist auch der Wamsimichel vorne mit 121 Metern. Ist er dort schon mal Schanzenrekord gesprungen. Der Wamsimichel. So, wieder Lachti. In den Busch gebrannt. Da lacht die natürlich 75,4% Wachseinstellung. Können wir mal machen. So, und ich habe natürlich wieder nicht geschaut, was wir machen müssen. Aber es war nichts Blaues eingeblendet. Also springen wir einfach so weit wir können. Und machen eine Telemark-Landung. Okay. Wenn man da noch ein bisschen besser, weniger verdreht wegkommt bei den Aufwindbedingungen. Ist der K-Punkt vielleicht sogar schon drin. Richtig dumme Körpersprache gerade gehabt. So, ja sieht man. Balance im Flug war nur 92,8%. Da noch eine 95 draus machen. Dann könnte was gehen. So, dann ballern wir das Ganze doch mal in Fitness. So, komm, mach die 0. Gib mir die 0. Du bist, was du bist. Ne, was du isst. Ach, trainieren. Ah, geht nicht. Ach, komm schon. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, ein Punkt. Wo soll ich den denn jetzt noch vergeben? Leck mich doch am Zuckerli. Ich will es nicht mit der Tastatur machen. Komm schon. Geh auf 0. 0. Ja. War ja ganz einfach. Easy. Ganz, ganz leicht. So wie generell hier im Spiel in der ersten Saison erstmal alles relativ leicht ist. Der Team Play Cup, der Abschluss der ersten Saison. Hier gibt es keinen Sommer Grand Prix oder sonst irgendwas. Hier gibt es nur den 49 Games Würfel. Der ein bisschen durchdreht. Seht ihr da hinten das erste Handy? Ja. Hat überhaupt gar nichts auf seinem Block stehen. So, lassen wir weg. Martin Schmidt, der ruht sich aus. Ein Martin Schmidt, der hat es nicht nötig, von sich in der dritten Person zu reden, wie Lothar Matthäus. Ein Lothar Matthäus. Gewollt habe ich schon gemocht, aber gedurft haben sie mich nicht gelassen. Finde ich immer noch legendär. Irgendwie ruckelt es gerade. Gut, das ist die ganze Zeit. Gerade rüber geschaut. Endwie ruckelt es relativ viel. Ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit so. Das wäre unschön. Gut, das kriegen wir jetzt noch zu Ende. Also irgendwie ein paar... Wahrscheinlich ist das Spiel überfordert einfach meinen Rechner. 93,6 Punkte. Alter Schwede, die Konkurrenz ist dermaßen schlecht. Aber was ist da los? Warum ruckelt das so? Ich hoffe mal, wie gesagt, in der Aufnahme ist es nicht so. Ansonsten ist die unbrauchbar. Dann sind all meine tollen Sprüche. Natürlich wieder for the cat. So, das bringen wir jetzt mal schnell zu Ende. Okay, da sind die Windbedingungen jetzt aber auch nicht gut genug. Aber eine schöne Landung zum Abschluss. Wir haben nur ein Springen nicht gewonnen. Ansonsten haben wir alle durchgezogen. 101,9 Punkte. Das wird der Sieg für Deutschland sein. In Gold für Deutschland. 93,601,9. Dafür, dass wir ohne Punkte quasi gestartet sind, sind wir hier wie das Messer durch die Butter durch. Markus Gandalf gewinnt den Teamplay Cup. Na klar, er hat das Team getragen, habe ich auch das Gefühl. Adam Blanke für Österreich und Mia Kratzmann stehen hier stellvertretend für ihr Team. Auf dem Podium. Wir holen wieder 3.000. Wir holen uns den Teamplay Cup und wir holen uns generell alles. Dafür gab es jetzt aber trotzdem erstmal kein Geld mehr. Können wir uns, glaube ich, den Rest jetzt auch einfach sparen. Wir beenden die Saison. Wir sind zufrieden. Kriegen hier nochmal die kleine Zusammenfassung. Er schaut mit der Gelassenheit eines Buddhas, schaut da auf die Ergebnisse. Martin Schmidt, 1,82 Meter. Alter, jetzt ruckelt hier aber alles. Unfassbar. Popularität 17. Verhandlungsgeschick, 27. Erster Platz, erster Platz, erster Platz, erster Platz. Ich sage, Dankeschön fürs Schauen. Sorry für die Webcam-Probleme. Sorry fürs Ruckeln. Weiß nicht genau, woran es gerade liegt. Normalerweise laufen die Videos immer ganz flüssig durch. So wie die Verdauung bei euch. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Dann geht es eine Liga höher weiter. Und ich denke mal, dass wir da auch vielleicht am Anfang ein paar Probleme bekommen. Aber da sollten wir eigentlich auch dominieren. Und dann geht es endlich in den Weltcup. Und da springt man am Anfang dann doch meistens ein bisschen hinterher.